Was ist, aber im Let's Play nicht. Jetzt wo ich nämlich schon mal mit der Feder hier bin, muss ich das schon immer mal ausprobieren, aber egal. Ja, probierst du's nicht, aber... Ich darf sterben. Ich will euer Boss schaffen. Ich glaube, ich hatte zu Recht Angst vor dem Fiehen. Ja, also... Muss man einfach die Dinger, die Renaultzerrosse von den... Dingen. Ah ja, schon logisch. Hoppam. Okay, so... Wow! Okay, so... Wenn man einmal daneben hüpft, ist betont. Das klappt nicht. Am Anfang ist es schwer, wenn man wieder anbaut. Aber dann... Ja, finish. Genau. Finish. First try, yes! Schön, kommen wir auch zustande. Ah, wow. Lala, lala. Du darfst gerne spielen. So, ich will... Ich will... Wiener. Und... Ich will... Und... Das interessant an der D-Level ist jetzt, da müssen wir den geheimen Ausgang kriegen, um weiterzukommen. Sie glanzen ab, wenn es überrascht. In der Reihe ein bisschen Zeitraum. Komm nicht da an den Reinkümmern. Komm nicht. Da, der rein. Siehst du schon den Reinkümmern? Da ruht ein bisschen Juschi. Da komm ich rein! Oh, das ist gelähmt! Aha! Alter! Ja! Danke schön! Ich kann lieber wieder leben. Danke schön! Auf langsam Zeit. Huiui! Und... Aaaaaaah! Solltet ihr mit den guten Ausbrüchen aufhören? Wo geht's da drauf? Wo sind Pilz? Hol den wir! Hol den wir! Hol den wir! Spreng mal an den Risskant! Ja, genau! Spreng mal an den Risskant! Dann kommen die Risskant! Hopp! Trotz! Ja! Okay! Genau! Ach so! Super! Jetzt greifen! Das Ding! Genau! Das ist aber Risskant! Halt! Nioff! 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 Ja, was tust du? Springen! 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 Genau! Jetzt aber aus! Es geht auch! Ja! Das war mir klar! Ja! Das war mir klar! Nicht nur dir! Nicht nur dir! So! Dann bin ich wieder dran! Jo! Hast du einen normalen Ausgang erwischt? Dann kommst du da so! Ne? So wie ich jetzt gezeigt habe! Das könnt ihr auch alle sehen jetzt! Ja! Na klar! Absolut! Schatten von deinem... Finger... Gesehen! Ja! Verschlüssel! Lalalalalala! Ich will die Mütze! Eigentlich klicken wir auch mal alle! Ja! Das... Das war die Cloud! Das war die Cloud! Yoshi ist da! Dankeschön! Dankeschön! Dann mal wieder den Yoshi! Das ist ein Bonus Game! Wo ist das denn? Wo? Da in der blauen Ohre! Nein! Das ist ein Bonus Game! Ja! Ja! Das sind nämlich auch so viele, glaube ich! Ja! Hab ich! Oh! Du war beim ersten Versuch! Oh! 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 Yeah! Jawohl! Stimmt! Geht er ab! Na! Ja! 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 Geht er ab! Das war gut! Hallo! Du! O Gott! Nein, ich bin kein Bills! Geh weg! Ich habe vor dem Fühle zu closed auf! Scheiße! Heht da! Zack! Yoshi, fress! Nein! Das fressen, Yoshi! Nein! Yoshi, fressen! Danke! Bopi! Jy, W. Jy, W. Und wo ... Jy, spring einfach in den ... Oh, die, nein. Einfach durch, einfach durch. Wui, Wui, Wui. Einfach durch, einfach durch. Jy, Wui, 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 Wui. Bleib da, Jy, bleib da. Mit dem Vogel hoch. Oh Gott, ich wollte gar nicht fliegen. Egal. Hat er wohl geklappt? Ja, Bongo gewinnt. Da ist der Jy, Wui. Das sieht cool aus. Wann da schon? Irgendwo war nämlich jeder gar nicht dran. Huiaaaah! Oh, das mach ich auch nicht nochmal, das war ... Oh Gott! Schocks! Kann man wegbeamen. Wow, hippisch! Nein! Nicht! Nein! Nein! Ich will Posteslatchern. Kau doch! Geht wieder! Ich will den Eingang. Dammt! Ich sprengt! Jawoll! Du Bauschel! Dein Eingang! Ja! Da ist er! Ich bin nicht groß! Haaaah! Nois! Haaaah! Was ist jetzt? Haaaah! Haaaah! Ich bin nicht groß! Ich bin nicht groß! Das heißt, ich muss das jetzt versuchen. Haaaah! Ja! Haaaah! Jaaah! Und ich hab jetzt noch mal gesehen. Oh Gott! Hey! Hey! Hey, Matiko! Jetzt haben unsere Zuschauer jetzt gesehen, was du mit ... Jaaaah! 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 Oh! Oh! Was ist das ...? Ähm ... Leute! Danke! Ich seh dir mal, wie verwinkele ich das Level ... Puh! 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 Jetzt will also noch einen ... Gangenfummel! Puh! 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 Teh, Sandburg, probier's wohl anders! Puh! Puh! Na weggs noch einem! Yaaa! Puh! 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 Ich wünsch jetzt einmal ... Rosen! Ja, dann hol der der Pilz! ? Neeeei multin... Haaa! Ich war zu oft den Pilz fixiert, dass mir die Bombe egal war! Ja ... Genau. Yig ... bye ... So ... Jetzt hablョig doch mal, was ich ... Oh, du wirst es niemals schaffen. Wie weißt du? Lala. Lalalala. Und, mach das ab. Erst mal die Bogen springen lassen, dann den Jolly holen und dann... Da hat's mal graviert. Gut. Ja, er putzt auf. Das ist ein Bogen. Das ist ein viel schöneres. Nimm. Zack, hast du aber den Skill aus dem Brot geholt. Oh, schau. Komm, sag. Das ist dumme Sprach. Schall dich ab. Schack. Sprachschatten, du wirst ja. Yay. Wow. Das war zu fleben. Lala. Toll. D4. Wahnsinn. Absatzstrahl. Egal. Groß. Ja. Danke. Schön. Rieus. Rieus. Norm, Apfel. Hm. Los, nicht mehr verkacken. Was ist? Na, komm, komm, komm. Ich weiß nicht. Oder so. Ich bringe den Abgrund, genau. Und du auch. Sei vorsichtig. Die Möcheln vorsichtig. Ja, ja, ich bin schon. Verkackt sind wir. Langsam. Das erste Mittelpunkt. Oh Gott. Oh Gott. Joshi, bleib einen. Lalalalalala. Auf, was der macht? Pass auf. Oh Gott. Oh, oh, oh. Ich muss mal nur die noch. Oh, 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 oh. Das hat funktioniert. Ist aber vorsichtig. Das war eben. Nach dem Bild sagst du sicher. Ja. Oh. 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 Jetzt wird's riskant langsam, oh Gott. Hier die Knosig. Jetzt hab's eine Blase. Geh weg. Jetzt kamen die Gartenhaufen Chucks, ne? Zwei. Aber ja, das müssten sie jetzt. Ähm... Ich geh auf dem Obel an, weil das kann! Und hier hab ich die Chucks. Dann kam's hier... Chucky. Chucky! Oh, der will nicht. Oh Gott, wir haben die jetzt erstmal... Wupp! Komm Chucky! 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 Lass mich da rein! Lass mich da rein! Wie denn Yoshi verloren? Ich hab's aber geschafft. Yay! Gott! Ich sag mal eine Pause. Oh, läuft's doch. Die nächste Welt machen wir doch, dann machen wir mal eine Pause. Was? Ja. Jetzt müssen wir in EINEN durchreden. Nein! Doch! Nein! Verdammt! Nein! Doch! Ähm... Lalalalala... Was tust du? Ich kann nicht auf der Weltkarte laufen. Lala... LA! Lala! Steuerkreuz würde ich empfehlen. Ich würde das Steuerkreuz empfehlen. Auch! Ich bin die 6. Ich bin die 6. Und du schaust... Ihr habt's aber mit diesem kleinen Gang! Oh Gott, mein Hausschloss! Was ist das denn? Mein Hausschloss! Oh, was bist... Was bist du denn? Mein Hausschloss! Oh, mein Hausschloss! Mein Hausschloss! Oh Gott! Ja! Achtung! Nicht so weit laufen! Dann geht's runter! Oh! Ihr wollt mich... Ihr wollt mich verarschen! Ich geh gleich wieder links! Und gleich geht's wieder rechts! Und gleich geht's ganz steil nach oben! Bleib vorne! Boah! 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 Ja, der Schloss ist doof! Au! Falsch schwer! Hey! Viele Probleme! Hüe! Und hoch, ihr weg! Warte! Oh Gott! Volle Konzentration! Mhm! Glaub ich schon gar nicht, was zu reden! Oh Gott! Ja, der Fall sieht was da passiert! Geht, ist doch immer toll! Ja! Nicht, wenn man hier solche Level machen muss! In der Welt wenigstens halbwegs vorgezündet werden! Das ist ja kein Level! Hüe! 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 Hinti, du Kütze! Du hast es gesehen! Ach so! Ja, komm! Dann kommen wir gleich mal von der Dinger unter der Segel. Das ist ganz fest. Doch, da kommt gleich einer. Ja, der hat nichts gesagt. Und da vorne kommt der. Über der Joschitz. Episch! Schön! Ah, geschafft! Schön! Schon bei der schwersten Teil vorbei. Dann mach ich mir einen P-Switch, krieg ich auch wegen dem Leben hier. Ich bin kein Mensch. Oder wo geh ich weg? Dann fach ich noch mal bis sie aufgehen und dann... Oder wo? Oder wo geh ich weg? Nein! 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 Ja! Piii... Danke dass du mir diesen Wach wieder überlässt! Finde ich toll von dir! Ach du! Habt! Ich hole die Feder. Ich hole einfach die Feder. Das regt mich gerade auf. Das regt mich gerade auf. Mann. Mist. Ich bin. Danke. So. Da geht's da straight durch, oder? Hui. So geht's. Du bist zu straight. Achtung, dann kommt gleich von der Decke. Ich dachte, ich bin. Nein. Er hat mich gekillt. Oh, Mann. Und du hast ein Leben übrigens. Ja, sponsere mich dann. Ja. Was? Ach ja. Ach jetzt. Oh, Mann. Ach so, wenn ich eine Weuerfalle überlebe. Ja, ja. Was strategisch zu können? Da geht's links, genau. Jetzt geht's gleich rechts irgendwo. Da geht's nochmal links. Für jemanden, der das zum ersten Mal vieles zu passen zu schaffen, oder? Ja, ach was. Deswegen ist ja auch mein Hassschloss. Ist der Ultraskill-Amblatsch? Nein. Ippisch. Warum? Der werden sich immer hochglitschen. Ja, wie jetzt. Hahaha. Wie jetzt? Ah, der zum ersten Mal wieder so schnell ist. Fahnt! Geh weg! Wo kommt der? Da kommt der. Hab ich schon gesehen. Aber die meinst du. Aber die noch nicht meinst du. Das ist aber echt mies. Aber das ist gar immer unfair. War ein Pixel zu weit drüben gestanden. Ich hab's geschafft. Wieder mal. Ich möchte echt, ich möchte wirklich die Feder eigentlich. Oh Gott. Hab ich vergessen. Ich möchte ehrlich gesagt nicht die Feder. Oder wo? Aber wo kommt der jetzt weiter? Gar nicht. Gar nicht. Ist klar. Ich freue mich einfach hier stehen. Ja. Komm. Heieiei. Heieiei. Laut mich den Skill ab. Verdammt. Hahaha. Ist nicht los denn. Ich hab mal den Skill ab. Ich weiß nicht. Ich bin meiner. Seid. In ihrer sträglichen. Hast diese Sprache. Heieiei. So nervig. So. Dann geht's mal wieder los hier. Ah. Geht wirklich los. Oh. Dann auf uns. Ich bin doch. Ich bin doch. Ich bin doch.